Nur wenige verstanden, was seine Machtergreifung bedeutete. Manche glaubten sogar, er würde Deutschland retten. Aber wir erkannten sein wahres Gesicht. Wir wussten, er würde Unheil, Chaos und Tod über das Land bringen. Wir wussten, dass wir nicht stillschweigend zusehen konnten. Wir wussten, dass wir Widerstand leisten mussten. Koste es, was es wolle. Wir wussten, dass wir nicht stillschweigend zusehen konnten. Wir wussten, dass wir nicht stillschweigend zusehen konnten. Schweig, der sie nicht stillschweigend zusehen konnten. Untertitelung des ZDF, 2020